Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute gibt es ein schnell zubereitetes, sehr einfaches Dessert. Überbackene Äpfel mit Streuseln aus Haferflocken. Und es ist ganz schnell gemacht. Zunächst heize ich den Backofen schon mal auf 180 Grad vor. In eine Schüssel gebe ich 35 Gramm feine Haferflocken, 25 Gramm Mandelblättchen, 25 Gramm zimmerwarme Butter, 10 Gramm Zucker sowie eine Messerspitze Zimt. Alles wird mit der Hand zu einem Streuselteig vermischt. Allerdings ist der Teig bröselig und er erhält nicht wie bei Streuseln die sonst übliche Bindung, da die Haferflocken grober sind als Mehl. Als nächstes werden zwei Äpfel in kleine Stücke geschnitten. Das geht am schnellsten, indem man den Apfel erst schält, dann viertelt und das Kerngehäuse herausschneidet und die Viertel anschließend in Scheiben schneidet. Am besten man schneidet sie gleich in eine kleine Backform, die nicht gefettet zu werden braucht. Die Haferflockenstreusel halbiere ich in der Schüssel, damit ich sie einigermaßen gerecht zwischen den beiden Portionen aufteilen kann und verteile sie ebenmäßig auf den Äpfeln. Statt der Mandelblättchen kann man auch grob gehackte Walnüsse verwenden. Statt Äpfeln kann man auch Pflaumen oder Birnen nehmen. Da die Auflaufformen sehr klein sind, stelle ich sie auf eine Unterlage, das macht die Handhabung leichter. Nun wandert alles für 25 Minuten in den Ofen und so sehen die guten Stücke nach dem Backen aus. Sie werden auf einen Teller gestellt und sollten noch ein klein wenig auskühlen, bevor sie serviert werden, denn sie sind sehr heiß. Ich habe noch eine Kugel Vanilleeis darauf gegeben, Schlagsahne würde sicherlich auch sehr lecker sein. Und das war es auch schon. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Dieses Dessert macht wirklich nicht sehr viel Arbeit. Wenn ihr Besuch haben solltet, für den ihr es zubereiten wollt, könnt ihr euch die Arbeit noch wesentlicher erleichtern, wenn ihr euch die trockenen Zutaten schon am Vortag abmisst und bereitstellt. So lässt sich eine Menge Zeit sparen. Da alles so schnell zubereitet ist, ist dieses Video auch nur sehr kurz geworden. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder meinen Kanal weiterempfehlt. Ihr könnt mir auch auf Facebook oder Instagram folgen. Und wie immer, guten Appetit! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.